Hallo und herzlich willkommen auf EWO2KTV und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch mein Konzept für die zukünftigen WWE-2K-Spiele vorstellen möchte. Das Ganze habe ich ja gestern bereits in meinem Video angekündigt, wo ich quasi darauf eingegangen bin und das Ganze thematisiert habe, weil es ja Gerüchte gab, dass die WWE-2K die Rechte für die Wrestling-Spiele entzogen hat und das Ganze war natürlich nur, das sind Quellen einer Satire-Seite gewesen von botchfest.de. Ich habe das in dem Video auch gezeigt, dass eigentlich alles, was auf dieser Seite drin steht, das hat schon so ein bisschen was hier von Postillon nur eben auf den Wrestling-Bereich bezogen, aber leider gibt es einige, die eben diese News geglaubt haben. Ich habe das Ganze auch gezeigt, wenn man sich das Ganze mal durchliest, dass man eigentlich relativ schnell mit logischem Sachverstand oder logischem Denken verstehen sollte, dass das auf jeden Fall nicht ernst gemeint ist. Auf jeden Fall, ja, ich habe dann auch gestern angekündigt, ich werde euch heute ein Video zukommen lassen, ein Video für euch erstellen, wo ich euch, ja, meine Wünsche für die zukünftigen WWE-Spiele vorstellen möchte. Natürlich jetzt nicht das Ganze so ungefähr oder das Ganze so komplett im Detail, sondern einfach mal etwas, wo ich der Meinung bin, dass dadurch der Langzeitspaßfaktor wieder gesichert wird und vor allen Dingen um 2K, damit sich 2K ein bisschen aus der Schusslinie nehmen kann. Denn wir haben ja momentan den Fall, wir bekommen jedes Jahr ein neues Wrestling-Spiel, außer jetzt wahrscheinlich 2K21 wird nicht kommen, was vielleicht auch noch mit der Corona-Krise zu tun hat, aber im Normalfall kommt immer jedes Jahr ein neues 2K-Spiel raus. So, und jetzt habe ich mir einfach überlegt, warum geht denn jetzt 2K nicht hin und sagt einfach, yo, wir machen das jetzt so wie ein paar andere Hersteller. Wir bringen jetzt einfach ein Spiel raus und da werden wir immer so im Laufe der Zeit so ein paar Änderungen vornehmen. Wir werden die ganzen Bugs rausnehmen, dass wir dann irgendwann das perfekte Wrestling-Spiel haben. Ich nehme jetzt, gut, der Vergleich ist jetzt ein bisschen blöd, aber Minecraft hat auch irgendwann mit wieder so ein 1.0 angefangen und jetzt kam auf der Konsole, ich weiß nicht, wie aus PC ist, kam vor ein paar Monaten dann die Minecraft 2.0-Version raus. Und warum geht dann zum Beispiel 2K nicht diesen Schritt? Also ich würde das ganz gut finden, wenn einfach nur noch ein WWE-2K-Spiel jetzt rauskommen würde und sie entwickeln dieses Spiel einfach immer weiter. So, und in diesem neuen Spiel wäre dann quasi das aktuelle Roster mit dabei und im Laufe der Zeit kommen dann eben weitere DLCs, neue Wrestler und sowas, die jetzt zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel entwickelt wurde, eben noch nicht dabei gewesen sind und die könnt ihr euch dann quasi mit diesen DLCs dazukaufen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel auch mal hier den Punkt Rocket League, da kosten glaube ich neue Skins oder sowas, ein neues Auto 4 Euro oder sowas und wenn dann einfach 2K sagt, ja, wir machen das jetzt so, dann habt ihr so ein Pack und das kostet dann 10 Euro oder sowas, da wäre ich dann persönlich auch bereit hinzugehen zu sagen, ja, wenn dafür jetzt in Zukunft kein neues Spiel mehr rauskommt, wodurch man ja jedes Jahr dann die 60 bis 70 Euro oder wenn man sich die Deluxe Edition kaufen würde, 100 Euro spart, wäre ich auf jeden Fall bereit, immer dann 10 Euro für so ein DLC Pack zu bezahlen. Ich meine, bei GTA ist es ja auch so, bei GTA sind quasi die ganzen DLCs auch umsonst, man kann sich mit der Ingame-Währung erspielen, aber auf jeden Fall wird ja quasi auch schon seit Jahren auf GTA Online aufgebaut, obwohl es immer dasselbe Spiel ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Schritt wäre, wie 2K sich selbst ein bisschen schützen kann, weil nämlich jedes Jahr heißt es, ey, das ist dasselbe Spiel, was wir jetzt schon seit Jahren haben, da hat sich von der Engine nichts verändert und ich denke, deswegen wäre das ganz gut, um einfach mal selbst einen Cut zu machen als Spielentwickler und dann diesen Weg zu gehen. Auf jeden Fall, das Ganze werde ich euch dann noch hier gleich ein bisschen zeigen. Jetzt möchte ich euch erstmal dann quasi das Logo, beziehungsweise das Logo habt ihr schon hier im Thumbnail gesehen, wie das Ganze aussieht. Das ist hier, ich habe das Ganze mal zu einem Video zusammengeschnitten, damit ich das so ein bisschen präsentationsmäßig machen kann. Also, das Ganze läuft unter dem Titel WWE 2K Revolution, bedeutet eben nach Motto, okay, wir von 2K, wir haben jetzt in den letzten Jahren die Spiele nicht so gut hinbekommen, wie wir uns das vielleicht auch selbst vorgestellt haben, aber Revolution, das ist einfach mal etwas, was in die Offensive geht und mit der WWE, mit dem Namen WWE 2K Revolution werden wir quasi auch in die Zukunft gehen. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter, da haben wir jetzt natürlich dann das Menü von WWE 2K20, wo ich natürlich jetzt, ich bin kein gelernter Grafiker oder sowas, deswegen habe ich euch das Menü jetzt mal so, das Menü ein bisschen hier im Hintergrund laufen oder eingestellt, was für mich auf jeden Fall auch ein Weg wäre, der jetzt gar nicht so verkehrt wäre und was ich mir persönlich wünschen würde, wir haben ja den Bereich Community-Inhalte, so, wo viele wirklich, was einfach genial ist, sich dann Outfits erstellen, auch für die neuen Wrestler angenommen, ein neuer Wrestler oder ein Wrestler, hier Seth Rollins kommt jetzt wieder mit einem neuen T-Shirt zum Ring, weil er jetzt neues Merchandise hat, dann wird das ja im Normalfall in den Community-Inhalten immer zu sehen sein und ich habe mir jetzt einfach überlegt, müssen wir da mal ein bisschen hinspulen, so, wir haben ja den Maispieler-Modus, so, und da sehen wir jetzt zum Beispiel das, was ich mir erspielt habe, ich habe hier oben 88.253 VCs, diese VCs, das wird jeder kennen, die sind den Leuten im Normalfall egal, weil irgendwann hat man das, was man unbedingt haben möchte, alles freigespielt und von daher spielen diese VCs irgendwann überhaupt keine Rolle mehr und ich habe mir eben überlegt, um das Ganze dann vielleicht so in den Punkt Langzeitspaßfaktor zu bringen, könnte das Ganze ja quasi so bleiben, wie es jetzt hier in 2K20 aufgezogen ist, wir haben ja hier meine Karriere und alles drin, aber wir haben ja hier die Mainz-Spieler-Türme, so, und das kann ja dann von mir aus auch so bleiben, ähm, jetzt habe ich noch was anderes, das ist der Beutel, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ich will erst mal das andere jetzt zeigen, so, und zwar haben wir hier den Punkt, ähm, hier, wir hätten jetzt ein Match gegen Selina Vega, Carmela und Maryse, wenn wir hier 5 Sterne machen, kriegen wir, ne Quatsch, für den ganzen Turm, würden wir dann quasi hier 5 Sterne bekommen, wenn wir 600, ne Quatsch, wenn wir 5 Sterne machen, kriegen wir 500 VC, wenn wir 10 Sterne machen, kriegen wir 600 VC und wenn wir 17 Sterne holen, 160 von diesen goldenen VC oder wie auch immer das heißen mag, ich weiß es nicht und das ist ja das, womit ihr dann diese Packs hier quasi öffnen könnt, das, was ich gerade übersprungen habe und auch diese Packs könnte man meiner Meinung nach viel geiler nutzen, dass dort dann eben zum Beispiel irgendwelche Outfits drin wären von den Wrestlern, die jetzt neu sind oder irgendwelche Arenen, die man darüber freischaltet, so ein bisschen quasi wie der Ultimate Team Modus in FIFA, nur eben nicht, dass es Pay2Win ist, aber einfach, dass man den Spielern, dass hier immer ein bisschen neuer Content kommt, damit wir ne Motivation haben, dieses Spiel zu spielen, damit wir ne Motivation haben, diesen, ähm, ja, Mein Spieler Modi zu spielen, hier mit diesen Türmen und so weiter, deswegen würde ich persönlich dann auch deutlich mehr zocken, wenn ich wüsste, okay, mir fehlt jetzt noch die Arena, mir fehlt jetzt noch die Arena, das ist jetzt neu, das könnte man darüber freispielen, also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit, was ich mir überlegt habe, wäre dann hier der Punkt, dass man quasi, wo sind wir denn hier zu Hause, müssen wir wieder ein bisschen vorspulen, so, genau, wir haben hier den Punkt Shop, so, und dann haben wir hier erweiterbar mit den VCs, so, und hier wären jetzt im Normalfall nur die Wrestler drin, die wir quasi freischalten können, indem wir VCs sammeln, wenn man nicht die Deluxe Version hat, wenn man aber die Deluxe Version hat, ist dieser Punkt eigentlich komplett schwachsinnig, der ist eigentlich nur für die, ähm, Standardspieler dann interessant, denn mit der Deluxe Edition schaltet man sowieso alles frei, aber ich hab's jetzt so gemacht zum Beispiel, dass man quasi dann auch, hier, das sind jetzt Leute aus den Community enthalten, aber dass jetzt einfach 2K selbst hingeht, oder Visual Concepts, wer auch immer, und eben wirklich offiziellen WWE-Content bereitstellt, man muss schon sagen, die Sachen aus den Community sehen zwar gut aus, aber wenn's dann doch offizieller Stuff wäre, der vom Spielehersteller ist, ist das doch nochmal eine ganz andere Geschichte, da sind die Details ganz anders, es ist nicht verschwommen, deswegen hab ich mir jetzt zum Beispiel gedacht, guck mal hier, man könnte ja hingehen, sagen hier, wir haben jetzt hier den Seth Rollins mit seinem Monday Night Messiah, und das würde einfach mal 1000 VC kosten, um ihn freizuschalten. Würde ich persönlich auch ganz gut finden, dann würde ich nämlich auch hier diesen ganzen Türme-Kram deutlich öfter spielen, weil ich eben eine Motivation hätte, mir diese Sachen freizuspielen. Das gleiche natürlich hier mit diesem Chicago-Style Rollins, den es gab hier, der Biker-Taker von WrestleMania 36, OC, AJ Styles, OC, Luke Gallows, dann King Corbin, dann der neue Edge quasi als neues Outfit, Jeff Hardy ohne seine Gesichtsbemalung, was ist halt auch doof, wir haben jetzt einen Jeff Hardy im Spiel, er hat eine Gesichtsbemalung, und die können wir nicht entfernen, aber Jeff Hardy kämpft jetzt wieder ohne seine Gesichtsbemalung, dann haben wir hier die neuen Usos, dann haben wir hier Kevin Owens mit seinem WrestleMania-Shirt, dann haben wir Rey Mysterio, zu dem man sehr viel machen könnte, weil Rey Mysterio hat quasi bei jedem Mal, wo in der WWE auftritt, eine neue Maske an, ein neues Outfit an, und eben hier auch der Fall, Sheamus mit einer neuen Haarfrisur, das ist nämlich auch so eine Sache, gerade Wrestler, die öfters mal ihre Haarfrisur ändern, bei Frauen ist das zum Beispiel so, bei Sheamus, der sieht jetzt wieder ganz anders aus, weil er sich die Haare hat wieder wachsen lassen, und die Zairo ist weg, wäre es einfach cool, wenn man sich eben dann diese neuen Versionen hier drüber irgendwie freischalten könnte. Ja, auf jeden Fall, nochmal weiter, und dann hier auch eine weitere Sache, das ist nämlich etwas, was ich persönlich von NBA sehr gut finde, bei NBA 2K, 2K 20 jetzt, das habe ich mir Ende Januar gekauft, gibt es glaube ich alle drei Tage, alle zwei bis drei Tage gibt es da einen neuen Locker-Code. So, wir haben auch hier den Punkt Locker-Codes oder Spind-Codes in WWE, und ja, aber was ist bei diesen Spind-Codes? Eigentlich bei jedem Pay-Per-View wird von 2K mal ein Code rausgauen, wofür man dann VCs bekommt. Das war es aber auch schon. Und es gab mal, ich glaube Macho T war das letztes Jahr, das ist ein englischsprachiger YouTuber, der hat es eben so gemacht, dass man, oder er hat da quasi einen April-Scherz draus gemacht, da hat er hier nämlich ein Special-Referee-Match, glaube ich, gemacht, und dann hat er das auch so gemacht, dass die Leute drauf reingefahren sind. Aber zum Beispiel wäre das ja auch eine Möglichkeit, wenn jetzt irgendwas neu wäre, wenn zum Beispiel eine neue Arena kommen würde, neue Raw-Arena oder neue Smackdown-Arena sind zum Beispiel im Spiel nicht mehr drin, dass man lieber diese Spind-Codes raushauen würde. Also das wäre schon mal eine schöne Sache. Oder auch die Pay-Per-Views, jetzt zum Beispiel, das Spiel kam raus, was kam denn? Neue Royal Rumble, neue Royal Rumble-Arena haben wir hier nicht drin, dass das eben eine Möglichkeit wäre, diese Spind-Codes mal sinnvoll zu nutzen. Ich habe mir das Ganze jetzt mal so gedacht, ich habe das einfach mal so, wie es ungefähr aussehen könnte. Hier, so, Universal. Habe ich jetzt einfach mal eingegeben, wie ihr sehen könnt. So, die Champion passt nicht hin, weil die Buchstaben zu viel sind, deswegen einfach Universal Champ. So, jetzt kommt's. So, und dann bekommen wir hier zum Beispiel Gegenstand freigeschaltet. Und dann würden wir zum Beispiel auch den neuen Universal-Titel, den wir im Spiel nicht drin haben, über diese Spind-Codes weiter freischalten. Also für mich wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man diese Spind-Codes viel besser nutzen könnte, damit wir als Spieler wirklich, wie gesagt, noch schon diese Langzeit-Motivation haben. Auf jeden Fall, das wären jetzt so ein paar Vorschläge, die jetzt von meiner Seite kommen, aber für mich auf jeden Fall das Wichtigste, unabhängig von diesen Outfits, wäre eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir eben, oder dass eben die neuen WWE-Spiele, beziehungsweise das neue WWE-Spiel, dass wir nur noch ein neues WWE-Spiel bekommen, 2K, Visual Concepts, wer auch immer, haben dann die Möglichkeit, dieses Spiel immer weiter zu entwickeln. Sie müssen sich keinen Stress machen, sie müssen ein neues Spiel rausbringen und so weiter, sondern einfach wirklich die Fehler raushauen, die Bugs raushauen und wäre meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, wie das so mit der Kostenfrage aussieht vom Budget her, aber ich denke mal, das wäre etwas, womit allen geholfen wäre und wenn jetzt zum Beispiel jemand hingeht und sagt, ja, aber guck mal, wir haben jetzt WWE 2K Revolution, die Rester, die jetzt da drin sind, die verlassen ja irgendwann die WWE. Ja, stimme ich zu, aber man darf ja nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel an WWE 2K 16 meine Konsole reinlege, da habe ich ja auch Rester, die jetzt nicht mehr in der WWE drin sind und so hat man dann eben diese Möglichkeit, dass man ein riesengroßes Universe sich aufziehen könnte mit ganz, ganz vielen Wrestlern, das könnte man dann von mir aus kategorisieren nach Standard-Wrestler, die jetzt von Anfang an dabei sind oder dann eben DLC-Pack 1, DLC-Pack 2 und so weiter, wo das Ganze dann eben schön sauber ist und dass man da auch einen Unterschied erkennen kann, sich nicht hier von den ganzen Namen erschlagen lässt. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wäre schon bereit, wenn jetzt 2K diese Methode übernehmen würde, dass ich sage, okay, ich glaube, ich zahle 100 Euro dafür, hab dann meinetwegen die ersten 3 DLC gratis, dann kann man natürlich auch wieder machen, dass es dann eine Standard-Version gibt, wo einfach nur die ersten Wrestler dabei sind oder die zu dem Zeitpunkt eben von der Spieleentwicklung mit drin sind, da muss man sich eben die anderen Sachen auch durch Geld selbst freischalten. Aber das ist halt immer auch so ein Punkt, was viel kritisiert wird. Das habe ich auch in den Kommentaren sehr oft gehabt, dass einige geschrieben haben, ja, ich finde es blöd, dass keine neuen Legenden so mehr dabei sind und das wäre eben eine Möglichkeit, wie das alles gespeichert bleibt. Also wie man eben sich quasi ganz, ganz viele Wrestler in einem Spiel quasi, oder wie man ganz viele Wrestler in dem Spiel zur Verfügung hätte. Und ich glaube auch nicht, dass das eine rechtliche Problematik ist, weil wie gesagt, wenn wir jetzt ein Spiel wie WWE 2K16 haben, da sind diese Wrestler ja auch mit drin, die jetzt dann nicht mehr in der WWE dabei sind. Von daher soll es da eigentlich keine Probleme geben. Und ja, das wäre eigentlich so im Großen und Ganzen meine Vorstellung für euch. Wie gesagt, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. WWE 2K Revolution. Dann eben alles zusammen mit drin. Also ein Spiel nur noch, wo quasi regelmäßige Updates kommen mit Wrestlern und so weiter. Wo dann eben auch neue Wrestler, die jetzt von NXT hochkommen, wie man vorhin bei NXT nicht gesehen hat, dann per DLCs freischalten kann. Und dann eben hier der Punkt, dass man quasi diese VCs viel vernünftiger nutzen kann in Form hier, dass man diese Packs öffnet, wo dann vielleicht diese neuen Sachen drin sind. Oder eben die zweite Alternative, was ich ja auch hier gezeigt habe, dass es quasi so ein Shop-System gibt, wo ich dann hingehen kann und sage, hey, ich habe jetzt 1000 VCs, ich habe jetzt Bock auf das Outfit von Seth Rollins. Und da dann bitte aber auch der Punkt, dass wir dann nicht wieder so einen zweiten Seth Rollins bekommen. Das ist nämlich jetzt auch wieder gewesen. WWE 2K20. Wir haben ganz, ganz viele Versionen von Becky Lynch. Wir haben ganz, ganz viele Versionen von Charlotte. Warum geht man einfach nicht dahin als Hersteller und sagt, okay, das ist jetzt eine Becky Lynch und dann kann ich da trotzdem, wenn ich draufklicke, mir eine andere Becky Lynch aussuchen. Da muss es auch eine Möglichkeit geben, dass das von den Attributen dann eben individuell anpassbar ist und dass man sich nicht jedes Mal hier zwischen fünf Becky Lynch-Versionen oder Charlotte-Versionen erstmal zurechtsuchen muss. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist mein Konzept, was ich mir überlegt habe für WWE 2K20, äh von WWE 2K20, von den WWE 2K-Spielen in der Zukunft. Und ihr könnt mir mal gerne reinschreiben, was ihr so von dieser Idee haltet. Es war tatsächlich einer da, der hatte eine ähnliche Idee gehabt, dass so aufgezogen wird. Und ich habe das, nicht dass jetzt einer denkt, ich hätte das geklaut. Ich habe das schon vor einiger Zeit zu, äh, hier den Leuten auf dem Discord gesagt, mit denen ich jeden Tag im Voice-Channel rumhänge, dass das für mich eigentlich eine gute Methode wäre, um die 2K-Reihe irgendwie noch zu retten, es zumindest so zu versuchen. Da haben wir auch gesagt, ja, das ist eine ganz gute Idee und das hat mich auch gefreut. Das war für mich dann der Grund, äh, in dem ich mir das Feedback reingeholt habe. Erstmal gucken, was sagen die anderen dazu. Und deswegen gibt es dann jetzt eben hier dieses Video dazu. Äh, wie gesagt, Matchart und sowas wäre auch eine Möglichkeit, dass man dann quasi Matcharten hier, weil wir haben ja hier eben dieses Shop-System gehabt. Da oben haben wir noch Arena Championship, dass man hier dann noch Matchtypen oder sowas hinzufügt, die man sich auch freischalten könnte oder sowas. Also würde ich schon ganz gut finden, dass das dann eben so ablaufen würde. Ja, Leute, das wäre dann eigentlich von mir alles zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, äh, wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von dieser Idee haltet. Ich hoffe natürlich, das Feedback ist gut. Und, äh, ja, sollt's euch nicht gefallen, dann seid trotzdem fair. Und, äh, werdet nicht beleidigen, denn ich finde einfach, gerade auch jetzt zu diesen Zeiten von Corona und sowas, sollten wir alle viel respektvoller miteinander umgehen. Auf jeden Fall, äh, ich bin dann jetzt an dieser Stelle raus, bedanke mich bei euch allen dafür, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt, wünsche euch dann allen noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal! ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.